Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Vollmond am 5. Oktober 2017 Ein Vollmond schenkt uns Klarheit. Klarheit und Orientierung In solchen Momente ist uns etwas bewusst und wir treffen in solchen Tagen klare Entscheidungen. Die Vollmond beleuchtet unseren Lebensweg. Welche Botschaft vermittelt uns dieser Vollmond am 5. Oktober 2017? Erstens, dass wir etwas in Bewegung setzen sollen. Und das kann auch Sport sein, das kann auch eine Reise sein, das kann auch Kontakte sein. Wichtig ist, dass wir nach dem Vollmond aktiv sein sollen. Dann kommt ein Nachricht, eine Botschaft, eine Information, das ist noch unklar und undeutlich. Und im Vollmond sollen wir Gedanken machen. Was bedeutet uns persönlich diese Information? Dann bekommen wir die Klarheit. Wo wir Klarheit haben sollen, weil das ist das wichtigste Thema bei diesem Vollmond, das ist die Liebe Partnerschaft. Da brauchen wir Ordnung, Klarheit, Orientierung. Eine Affäre, ein erotischer Kontakt befriedigt nicht, sondern wir möchten in Lieber Partnerschaft auch Sicherheit und Stabilität. Und da gibt dieser Vollmond auch Klarheit. Hopp oder Topp. Also hier gibt es kein Hin und Her, sondern wird klare Entscheidungen treffen. Entweder wird die Affäre beendet oder wird daraus eine Beziehung sein. Und dieser Vollmond soll uns die Klarheit geben. Diese Information, was ich jetzt vermittelt habe über diese Vollmond-Position, ist die Energie. Das ist immer noch aber zu allgemein. Es gibt aber die Blitzberatung und in dieser Blitzberatung können Sie auch Fragen stellen. Was trifft mich persönlich? Worauf sollen wir konzentrieren in diesem Vollmond? Weil Vollmond hat immer eine große Bedeutung in unserem Leben. Weil diese Augenblicke geben uns die Klarheit und treffen wir auch klare Entscheidungen. Natürlich kann ich dann maßgeschnitten das berechnen für Sie persönlich. Und wie funktioniert ein Blitzberatung? Das funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Dann schreiben Sie bitte dazu Vollmond und nicht vergessen die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort. Dann kann ich diesen Vollmond auf die Geburtshoroskop natürlich vergleichen und genau beschreiben, was für Sie persönlich auslöst bei dieser Vollmond-Position. Und ich kann das schriftlich beantworten. Worauf sollen Sie konzentrieren? Wo bekommen Sie Klarheit? Welche Entscheidungen sind fällig? Und ich beantworte diese E-Mail natürlich blitzschnell. Und eine Blitzberatung kostet 10 Euro. Und ein guter Rat ist natürlich Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich auch blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Letfe ottobin. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.